Als eine Kernaufgabe des VBI übernimmt die Abteilung Arbeitsagentur die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen Menschen in Beschäftigungsmaßnahmen und bietet selbst diverse Einsatzstellen für diese Menschen an. Wir unterstützen in der VBI Arbeitsagentur Klienten bei der Stellensuche und in Arbeitsprojekten zur Erprobung, insbesondere die Menschen, die kaum eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Im Idealfall entstehen daraus dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse. Die Beschäftigten werden zur Stabilisierung des Arbeitsverhältnisses von uns weiterhin betreut und begleitet. Die Ziele unserer Maßnahmen und Projekte sind vielfältig wie die Angebote. In der Regel geht es darum, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Das erreichen wir dadurch, dass wir die Menschen beraten, begleiten, coachen, teilweise auch beschäftigen in den Projekten. Und so dafür sorgen, dass sie Tagesstruktur neu erhalten oder ihre Tagesstruktur aufrechterhalten können, um so dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stehen. Beispielsweise im Projekt Einstieg am Standort Heidelberg Hauptbahnhof entdecken Menschen in praktischen und kreativen Arbeiten neue Fähigkeiten und können sich so weiterentwickeln. Das ist für viele nach langer Zeit hier erstmals auch wieder eine Erfahrung, Arbeitsprozesse von Anfang bis zum Ende durchzuführen. Das heißt, da den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, wieder ein bisschen reinzukommen in das, was später mal das Arbeitsleben werden soll. Das heißt, da auch wieder diese Art von Struktur zu bekommen. In weiteren Beschäftigungsprojekten an den Außenstellen in Wiesloch und Sinsheim werden in Werkstätten Menschen an Tagesstruktur und sinnvolles Tun herangeführt. Wenn Sie uns kennenlernen wollen und sich für unsere Arbeit und Angebote interessieren, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Sie finden uns in der alten Eppelheimer Straße 38 in Heidelberg-Bergheim. Gerne können Sie uns auf unserer Website www.vbi-heidelberg.de besuchen.